Goraksha Kamalasana ist der Lotus-Sitz von Goraksha. Kamala heißt Lotus, Kamalasana ist eine andere Bezeichnung für Padmasana. Und Goraksha Kamalasana ist letztlich die Beschreibung des Goraksha für die Lotus-Position. Setze dich in Padmasana. Dann gib die Handflächen übereinander in deinen Schoß, sodass die Handflächen zueinander zeigen. Dann atme tief ein und senke das Kinn zum Brustkorb. Dies ist Goraksha Kamalasana, der Lotus-Sitz des Goraksha. Mit der Stellung der Hände erzeugst du ein Kraftfeld in den Händen. Und mit der Stellung des Kinnens und des Nackens ziehst du die Brustwirbelsäule lang und ziehst die Energie durch die Sushumna nach oben. Du kannst in Goraksha Kamalasana auch meditieren, wenn du mal eine besondere Kraft brauchst. Du wirst dort sanft atmen. Es ist kein vollkommenes Jalandhara-Bandha, aber das Kinn ist gesenkt, nackenlang, die Ellbogen zur Seite, Handflächen übereinander, sogar die Hände gar nicht wirklich abgestützt. Und so bist du aktiv und kannst dich gut konzentrieren. Und so bist du aktiv und kannst dich gut konzentrieren.